So, und wieder zurück bei Ark Ragnhauer mit dem Charly. Hallo. Hallo. So, wir haben ja gesagt, wir wollten ein wenig Leder holen. Unbedingt. Unbedingt. Den Kentro da hinten, den lassen wir mal in Ruhe. Oh ja, der hat Level 150. Der hat schon was Vergnügen. Ja, der hat mich schon einmal aufgespießt, der Kleine da hinten. Nicht nur dich. Ja, nicht nur dich. Äh, mich. Dich mich. Dich mich. Mich und. Wollen wir den hier, die Kollegen hier? Welchen? Der ist Level 90. Ich schieße den an. Ja. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass der in der entgegengesetzten Richtung läuft. Okay. Und dann in deine Arme vielleicht läuft. Ja, ich hab ihn ja schon. Okay. Oh, ich hab jetzt zweimal daneben geschossen. Dreimal. Ne, das ging in den Schwarzschutz. Jetzt ist er fest hier. Ich hoffe es. Ich geh mal auf einer Seite vom Felsen. Ja, der hängt jetzt im Felsenfest. Ja. Ja, sehr schön. Ja, das sieht gut aus. Jetzt kriegen wir da schön Leder raus. Oh, jetzt haut er ab. Gleich jedenfalls. Vielleicht. Wo ist er? Äh, er läuft. Er läuft. Ja, noch ein Hit. Komm, verpack dich doch mal bitte im Stein. Jetzt hat er gerade freie Bahn, ja, der Kleiner. Ja, da hinten ist Wasser. Vielleicht bleibt er im Wasser hängen. Ja. Ich hör nur die Pfeile an mir vorbeizischen. Was? Äh. Was? Noch was? Zwei Hits. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht in irgendeine Dino-Falle rein... Oh ja, da ist doch schon einer. Genau, das meinte ich. Du hast gerade einen Triceratops an dir gehittet. Nein. Doch. Das ist nicht gut. Wo ist denn unser Moped hin? Das steht da hinten am Felsen. Ich hab's. Wo, wo, wo? Das steht nur hier unten. Ja, ich bin da gerade ein bisschen... Ich muss da gerade ein bisschen aufpassen. Hier ist ja gerade schon wieder Pigomastax. Oh ja. Und Agent Havis. Und eine Hyäne. Hilfe. Spring doch mal ins Wasser. Äh, hat ein Vogel nicht viel Sinn, glaube ich. Wo ist denn unser Moped hin? Oh, Level 130. Alter, Alter. Ab ins Haus. Äh, der macht das Haus kalt. Okay. Den müssen wir irgendwie so abschütteln. Aber den kriegen wir auch nicht getötet, ne? Nee, das glaube ich nicht. Ja, irgendwie abschütteln. Ja. Schön, das ist eine tolle Lederjagd hier. Ja. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Ja, gut. Wo bist du? Äh, ach, da hinten. Ich seh nicht. Okay. Ich muss nur aufpassen, dass ich dir nicht... Also hier gibt's auch Agent Havis. Das ist doch... Prima. Mehr oder weniger. Das ist doch prima. Ähm, ja, also, ähm, ja. Wir sollten uns Bolas bauen. Ja. Ähm, damit wir die Dinos festhalten können. Ähm, gelärmt hab ich sie schon. Gut. Stroh, Stein, Fasern, Leder. Was hattest du noch in Leder im Häuschen? Ja, ist nicht mehr viel. Aber dass ich vielleicht eine, eine, zwei Bolas bauen kann? Ist da was hinter... Ach nee, das ist Donner. Ich hab gedacht, da wär irgendwas hinter dir her. Ähm... Fasern, Stroh, Stein und Leder. Oh, zwei Leder, das reicht ja doch nicht mal. Ne. Deswegen waren wir ja auf der Jagd nach dem Leder. Genau, ähm. Hier war da gerade noch ein Petri da, also. Kommst du mal, was hat denn da für ein Level? 130! Sag mal, ist hier alles so hoch? Scheint so. Wenn ich dir das in den Kopf schieße, ja, macht das auch nicht viel Sinn, weil ich kriege den nicht kaputt mit den hohen Leveln. 247? Ja. Das mit normalen Steinpfeilen. Ja. Ach nee, das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Wir müssen was Langsameres suchen. Ähm, ja, vorher anbowlern, aber wir brauchen auf jeden Fall... Was brauchst du denn noch? Leder. Nein, für die Bola. Leder. Auch Bola. Leder? Ja. Nach vorne ist ein... Pico Mastax. Jetzt hat er uns gesehen. Ist er auf der Flucht, oder kommt er jetzt nochmal her? Da vorne ist ein Dodo. Den können wir uns kreien. Ach, der arme Vogel. Der ist klein und wärmlos. Der arme Vogel. Der arme Vogel. Das gibt auf jeden Fall ein bisschen Leder. Ja. Level 60 Dodo. So, guck mal, das sind schon wieder drei Bolas. So. Die wir da bauen können. Dann renne ich jetzt nochmal in den Maul der Bestie. Das sieht geil aus. Ja, haben sie mich nicht schlecht gemacht. Ja, dann renne ich jetzt kurz nochmal in die Hütte, baue Bolas. Okay. Ähm, dann können wir uns hier die Fiecher hier, die Parasaurus, ähm, ja, töten. Ja. Dann kriegen wir auch gleich nochmal zusätzlich nochmal ein bisschen Fleisch, Gammelfleisch. Dann können wir uns, ähm, 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 was fehlt denn da noch? Ach, Fasern und Stroh. So, so, vier Stück kann ich bauen. Ähm, dann können wir, äh, haben wir Gammelfleisch, dann können wir uns Narcotics machen, Narcose, Pfeile und, äh, dann Tiere ziehen. Sehr schön. Da bist du doch eindeutig dafür, oder? Ja. Äh. Äh? Äh. Ich gucke gerade was. Ach so. Hier ist noch Gammelfleisch, das hole ich mal raus. Ja, kein Zehntel. Wie viel Fleisch hast du denn noch in deinem gebratenes Fleisch in deinem Inventar? Noch sechs. Okay, dann müssen wir gleich wieder was braten. Zwanzig sind noch drin. Brauchst du noch Holz dafür? Nee, liegt noch drin. Liegt noch drin, alles klar. Ja. Ähm. So. Ja, dann schmeißen wir mal die Kiste an, dann machen wir nochmal ein bisschen was. Ich sehe gerade, ich könnte meinen Bogen auch nochmal reparieren. Ähm, was waren das? Fasern und Holz war das, glaube ich. Das erschreckt mich jedes Mal, ne? Dieser Donnerschlag, das hört sich an, als wenn ein großes Tier hinter dir steht. Okay. Ähm. Ja, wie weit bist du denn? Bist du wieder startklar? Äh, ja. Sieht gut aus. Ich stehe hier vor einem Level 20. Das ist gut, das ist ein schönes Level. Den würde ich jetzt bohlen. Wo stehst du? Hinterm Haus. Hinterm Haus? Ah ja. So, und dann kannst du dich ja schon mal ausrüsten mit den Steinpfeilen und dann... Hab ich. Alle klar. So, prima. Sehr schön. So, mit der Axt, ja? Okay. Mit der Spitzhacke gibt es mehr Fleisch und mit der Axt gibt es mehr Leder. So. Richtig. Gut. So, dann holen wir uns gleich. Guck mal, da hinten steht noch einer davon. Folge dir unauffällig. Alles klar. Ich will nur wieder aufpassen, dass wir nicht in irgendeine Dino-Falle reinlaufen, außer sehen. Auf jeden Fall kriegen wir da mehr Leder raus, als wir verbrauchen mit der Einbohle. Hast du getrunken? Leucht so Schlangen-mäßig. So Schlangen-mäßig. Echt? Da kommt ein, ähm... Ja, ich seh's. Ist der? Alter, der hat mich geklaut. Mach ihn nicht halt. Warte, er läuft im Blick herum? Was hat er noch nicht geklaut? Keine Ahnung. Wird sich dann zeigen, wenn wir ihn haben. Das blöde Vieh. Wie ich die liebe. Jetzt ist ein Speer kaputt gegangen. Ah, der läuft doch hier mitten in der Knoche rum, ja? Ja. Wo ist denn jetzt hin? Da. Da. Ah, er hat neu meine Bären geklaut. Komm her, du. Komm her. Es ist gerade dunkel, ja. Der ist Levent 90, ist ja kleiner. Ah, da ist einer mit der Fakke hinter mir, das seh ich. Ja, damit du da siehst, wo du da hin willst. Oh, ich hab gerade keine Ausdauer. Der hat sich verbuggt im... Ja. Aua, jetzt hat er mir zwei Holz geklaut. Ja. Jetzt haben wir ihn. Jetzt endlich. Mal gucken, was er geklaut hat. Holz hat er geklaut, ja. Holz klaut, ja gut, Holz kann er klauen. Nein, darf er nicht. Nein. So. Jetzt zu unserem ursprünglichen Job. Richtig. Guck mal, hier ist noch ein Petri. Was hat denn da für ein Level? Wenn das nicht zu hoch ist, dann Level 100. Aber die haben nicht viel Leben. Bist du ausgerüstet? Ich hab Pfeil und Bogen. Ja. So. Und auf den Kopf. Äh, wo sind meine Pfeile? Hat der die geklaut? Ja, ich schieße. Nee, nee, ich hab... Okay. Gut. Und das gab auch wieder ein Level. Ja, bei mir auch. Schön. Komm, dann nutzen wir die beiden Bolas noch aus, die ich noch habe. Ja. Und haut nochmal richtig an jeder raus, was geht. Stimmt. Da ist er doch. So, ich werde noch mal kurz einen Happen essen. Hinter dir? Äh, immer schön auf den Kopf, er macht mir schade. Gut. Ja, meinst du? Ja, ja. Ja. So, und vielleicht haben wir auch einen schönen Batzen. So, eine Bowler habe ich noch. Okay. Folge dir. Ähm, ja. Da hinten ist noch einer. Ich nimm mal hier Kacke mit. Ja, hab ich. Wollte ich gerade sagen. Der ist nämlich schon fast voll. Oh, das ist gut. Uh. Gerade ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel. Level 45 ist der. Warum mache ich denn so wenig Schaden? So. Jo. Ja, da haben wir guten Lederausbeute, denke ich. Ja, da können wir ja direkt nochmal ein paar Bowlers bauen, was? Jo. So, ich level habe ich auch weg. Auch gleich mal verteilen. Jo, ich muss mal was essen. Ja. Dann kommt das Fleisch erstmal in unseren. Äh, ja, wir können auf jeden Fall einmal einen Haufen Fleisch braten. Jo. Und den Rest würde ich daraus, würde ich den Gammelfleisch machen. Und dann würde ich nochmal, äh, ein bisschen Narkosebeeren sammeln. Ja. Ja. Und denn? Oh, da oben ist der Argentavis. Äh. So, wie viel Fleisch hast du denn? 44. Ich habe jetzt nochmal alles reingelegt. Ich denke mal, das reicht. Und den Rest werden wir in Gammelfleisch umwandeln. Ja, ich ziehe mir nochmal ein bisschen Fleisch raus. Ja. 72 Leder. Cool. Jo, ich werde das mal alles in Gammelfleisch jetzt umwandeln. 73. Ich habe 130. Cool. Dann können wir auf jeden Fall jetzt einen Schmelzofen gleich bauen. Ja, ich wollte erstmal noch. Ja, oder nimm deinen Leder. Ich habe ja jetzt hier noch für einen Schmelzer. Ich wollte noch, äh, zwei Handschuhe machen, ne? Ja. So, läuft. Ähm, jetzt muss ich... Du hast Stiefel, wir brauchen noch zwei Hosen, ne? Äh, wir brauchen noch zwei Hosen und zwei Hüte und zwei Hände. So, zwei Hände sind in Arbeit. Ja. Einmal Stiefel. Haben wir... Das haben wir, ähm... Was fehlt denn hier noch? So, jetzt fehlt noch. Und was fehlt noch? Fasern. Haben wir noch irgendwo 40 Fasern? Äh, ja. Ja, ich habe im Inventar die Fasern. Kannst du mal ganz kurz 40 rüber schmeißen? Noch 10 mal Leder fehlt mir noch. Okay, ich gebe dir sofort Leder, wenn du mir 40 Fasern gibst. Bah! So, dann baue ich nämlich ein und dann kannst du nämlich den Rest komplett haben. Gut. Genau. So, klack. So, klack. Handschuhe sind drin. Äh, Hose fehlt dir, ne? Ja. So. Stiefel haste, Handschuhe haste, die sind jetzt da drin. Alles klar. Achso, für den Futterdruck werde ich mal acht, ähm... Acht, Metall aufheben und mal hier drinne lassen. So, Faser. Können wir uns auch den Futterdruck noch bauen, ähm... Yay, yay. Ich stünde noch grad meinen Bestand an Pfeilen auf, ein bisschen. Ja. So. Da rein, das kann da rein, das kann da rein. Super, dann kann ich uns, oh, ich glaube noch den Futterdruck bauen. Dann muss ich mal gucken, was da noch fehlt. Äh, 60 Stroh, die haben wir auch. So, dann haben wir das auch erledigt. Ich kann ja nochmal gucken nach Bolas. Da haben wir jetzt keine mehr gehabt. Ja. Bauen wir nochmal einfach fünf Stück. Wollen ja nicht so verschwenderig sein. So. So, und den Futterdruck haben wir jetzt, da können wir jetzt zum Beispiel auch, äh, ein bisschen was reinpacken, so. Für die Tiere, die wir nicht haben. Die Tiere, die wir nicht haben? Nee, aber damit kannst du auch, ähm, das rohe Fleisch reinpacken, das vergabelt ja auch über die Zeit. Cool, da können wir uns nochmal... So, es fehlt noch, äh, die Werkbank. 30 Holz. Hast du noch Holz? Äh, wenn, dann, äh, in den Schrank. Nee, da ist nichts mehr. Gut, dann werde ich mir einen Grabstein herstellen. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Ähm. Sag mal, haben wir schon so viele Bäume hier in der Nähe umniedet? Du findest das auch in den Palmen, Wedel, ne? Die... Ja gut, ich geh immer zu den Bäumen, ich bin da... Hm. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Es fehlt ein Feuerstein. Äh, ich bin noch im Schrank, Feuerstein. Äh, nee, äh, ich brauchte noch mal einen hier vor Ort. Meine Axt ist kaputt gegangen. So, jetzt. Ich werde gleich nochmal ein bisschen Holz mitnehmen. Mhm. Könnt man mit ein bisschen Glück und, äh, könnte man vielleicht genug Metall haben schon? Und können uns das erste Metallwerkzeug herstellen. Uiuiui. Ja, es geht hier, zack, zack. So, was brauchen wir denn jetzt hier noch? Holz? Oh, ich bin einfach dorsten. Ähm. Warte, ich gucke eben. So, die haben wir auch fertig. Ich sammle einfach mal alles, weil wir im Moment ja auch alles brauchen. Ja. So, und die Werkbank. Zack, haben wir sie. Habe ich noch ein paar Punkte, ja. Hier werde ich das Metallwerkzeug auch mal lernen. Hm. So und so. Ähm, das ist doch unwichtig. Das ist auch unwichtig. Super. So, Metallwerkzeug, was brauchen wir da? Wir brauchen da ein bisschen Metall. Holz und Leder. Äh, Leder und ein bisschen Holz haben wir auch noch. Holz habe ich auch noch im Inventar. Ich bin gerade am Sammeln, Fasern und so weiter. Also ich kann nur zwei Spitzhacken schon mal bauen. Sehr schön. Äh, zack, zack, zack. Wie sieht es aus mit Pfeilen? Hast du auch noch? Ja, ja, ja. Äh, ja, über 70. Okay. Ja, die kann man ja zwischendurch immer ganz gut bauen, ne? Ja. So. Was sind denn das da für Geräusche draußen voraus, hier? Ist hier irgendwas in... Da ist ein Vogel, steht da vorm Tor im Welt rein. Okay. Böser Vogel. So, dann machen wir es nochmal Fleisch. Zack. Zack. Äh. So viele tolle Sachen hier. So viele tolle Sachen. So ein Feuerschön kann aus. Ja, also Metall haben wir ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall schon mal Spitzhacken. Das ist sehr gut. Ja, also eine liegt jetzt noch in der Werkbank. Kannst du den rausnehmen. Ja. So. Äh. Juh, das Fleisch ist auch komplett vergammelt. Hier ist noch ein... ...ein Stelzenvogel unterwegs. Ein Stelzenvogel. Okay. Ja, ja, ja. Ähm, ja, wir bräuchten jetzt Narkose Bären. Ja, hab ich auch ein paar dabei. Und am besten ein kleines Level von irgendeinem Dino, der Bären farmen kann. Hier, Level 15. Geht extrem schnell. Ja. Wollen wir uns den einfach kappen. Und zwar, ähm... Ich kann ja ein paar Betäubungspfeile bauen. Ah, okay. Die, die wir haben. 19. Dann baue ich uns die, betäube das Vieh. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein Vieh, was uns ein paar Bären bringt. Sehr schön. So. Du kannst ja, wenn du Bock hast, ähm... ...ein paar Mediobären sammeln. Gut, so. Hab ich gerade 22 in den K. Okay. In Schwang waren ja auch noch welche, ne? Ne. Hast du schon rausgenommen? Ah, ich schon rausgenommen. Da waren nur noch vier Stück. Ja. Ich hab aber jetzt hier... ...was nachgeholt. So, er liegt schon. Hier liegt auch 31 mal Gammelfleisch drin. Okay. Warte, ich... Achso, ja, das Gammelfleisch, das habe ich da gerade reingepackt. Gut. Ich packe das mal in den Mörser. Ne, ne, machen wir noch nicht. Das vergammelt ja das Gammelfleisch. Und dann brauchen wir erst Narkosebären. Ja, hab ich doch dabei. Wie viele? Äh, ein paar und 30. Achso, na dann, äh... Ja, wenn ich sammle mal erstmal. Ja, sammle mal. Dann nehme ich jetzt hier die Mediobären raus. Und, äh... Dann füttere mal das Tierchen, was jetzt vor der Haustür liegt. Okay. Und... Dann baue ich dafür einen Sattel. Oder... Weiß ich nicht, ob du lernen willst oder ich soll lernen, oder... Egal. Ich mach mal einen, was? Parasaurus-Sattel. Da ist er. So. Kosten tut er 80 Leder, 50 Fasern und 15 Holz. Äh... 14 Leder im Schrank. Also müssen wir noch wieder Leder fahren. So. Jo. Sag doch. Hast du noch ein paar Moller? Ja, guck mal, vor der Haustür ist nämlich gerade ein Semphil. Ja, ich hab die Pfeile in der Hand. Ja, und Feuer. Au. Mein Bogen ist gerade in dem Moment kaputt gegangen. Na, klasse. Ja, dann werden wir ihn mal... So, kannst du abernten. Ja, wenn ich das mal sehen würde... Da ist er. Ah, der ist schon zur Hälfte fertig, der Kollege hier hinten. Der geht schnell. Das war sehr ergiebig. 51 mal Leder. Super. Ähm. Gerade mal weg. Weiß ich nicht, haben wir noch Fasern? Die Schrank sind noch Fasern, ja. Okay. Achso, hast du schon deine Spitzhacke rausgenommen? Äh, wo? In der Werkbank. Eine Werkbank. Nee, noch nicht. Moment. Ja, das ist doch mal Werkzeug. Na, wa? Herrlich. Herrlich, sag doch. Herrlich. So, 80% hat der Kleiner schon. Dann baue ich dafür den Sattel, dann haben wir das erste Reitier. Und dann, wenn es geht, so schnell wie möglich noch einen zweiten. Äh, 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 Leder, ach da. Was fehlt denn da noch? Ich habe auch wieder ein Level gemacht. Fasern fehlen noch und, äh. Ah, nee, da fehlen noch 15 Leder. 15 Leder fehlen noch. So, jetzt referiere ich den Fogen. Müssen wir gerade gucken. Ah, er ist fertig. Holz und Fasern, alles klar. Holz und... So, so. Und machen wir einfach nochmal zu. Fasern? Ich habe noch Fasern, ja. Bei mir. Da, nicht viel. Ich brauche noch ein paar. Äh, einen Blick, einen Blick. Ich packe sie wieder in den Schrank. Guck gerade in den Dino durch unseren Schrank. Ja, so. Ich werde die mal, äh, reparieren. Befeifen. Ja, hau doch nicht ab, du Kleiner. So, jetzt müsste er eigentlich wieder auf passiv. Nee, auf neutral. Ja, der kann auf neutral bleiben. Ähm, bleib mal hinterm Häuschen stehen, mein Kleiner. Du hast ihn. Ach, da. Dann packe ich auch mal einen Schwung Bären, packe ich auch mal in den, ähm, Futtertrog rein. Zack und Zack. Zack und Zack? Zack und Zack. Kennst du das nicht? Zack und Zack? Trick und Track. Achso, Trick und Track, okay. Ähm, ja, dann brauchen wir nochmal ein bisschen Leder wieder. Einmal. Ja, ich bin bei dich. Wo bist du denn hingelaufen? Am Strand. Ich brauche doch kurz Wasser. Ach, da. Ähm, da ist da, hinten ist schon wieder der Kettro. Ich brauche auch Wasser. Okay. Ah, nee, ich habe noch Wasser im Schlauch. Das hört sich so falsch an. Ja, irgendwie. Ähm, ja, Triceratops, theoretisch möglich. Level 20. Das ist mal. Und hier, der ist Level 50. Da müssen wir beide bohlen. Welchen willst du für erst? Am besten gar keinen. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen rumlaufen. Ja, dann gehen wir mal hier hinten lang. Am besten gar keinen, ja. Da vorne ist, äh, Pego und ein Kompi und noch ein Kompi und, äh, es wird gleich lustig. Nein, wollen wir nicht. Doch, wollen wir. Hast du? Oh, einer ist weg. Okay. Da ist der nächste. Level 95. Und dahinter kommt gleich noch einer. Ja, geht. Oh, einer hinter dir. Ja. Level 90. Oh, einer hinter dir ist, äh, da ist noch ein Pfeil. Ja, sammel es ja eh schon mal ein, ja. Gut, dass das nochmal wieder einen Haufen Steinpfeile zurückgibt. Ja. Gott sei Dank. Da ist noch einer. Da ist noch ein Pfeil. Da liegt noch ein Pfeil. Irgendwo lag doch hier noch ein Kompi, oder? Ja, hinten bei mir. Ja, hier war irgendwo noch der Pego. Muss man nochmal aufpassen. Da ist er. Warum kriege ich kein Fleisch? Da bist du. So. Ah, der kann mich trotzdem nur anspringen. Ah, es. Der hat mein Leder geklaut. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall töten. Level 20. So. Du hast mein Leder. Schweinehund. So. Wollen wir meinen Bogen gleich wieder reparieren? Ah ne, Fasern war das so. Fasern und, äh, Holz. Hält sich aber erstaunlich lange, der Bogen. Findest du? Jo. Ich find, die gehen immer so schnell kaputt. Ja, das ist halt ein normaler, primitiver, ne? Ja. Größeren, natürlich schon ordentlich. So, dann werde ich den mal ganz kurz reparieren, so. Ähm. Da drüben ist noch ein Moschus. Moschups. Moschups, den könnten wir auch. Guck mal, da ist eine ganze Dilo-Armee. Wo, wo, wo? Da rechts. Ah ja. Da ist ja noch ein Dodo, ja. Oh, der Dodo. Ähm, die Dilo-Armee. Ja, schnappen wir uns die, wa? Jo. Ich glaube, die bräuchte auch nicht Bohlen. Die kriegen wir, glaube ich, so auch noch hin. Der eine Dilo geht sogar auf die Dings los. So, halt den Sabbel, du. Au! Bist du grün? Ja. Ich bin grün im Gesicht. So, einer ist noch irgendwo. So, ich bin wieder da im Kopf. Bist wieder. Hast wieder geschafft. So, der ist abgebaut. Da war noch noch ein Dritter irgendwo. Hier bei hinten bei mir? Ne. Weiß ich grad nicht, wo der grad. Da ist er. Da kommt er doch. Da kommt er doch. 162. Krass. Ja. Kopftreffer. Headshot. Headshot. So, wollen wir wieder zurück? Ich denke mal, wir haben wieder was. Ähm. Ich seh grad auch, die Folgenlänge haben wir auch schon wieder erreicht. Ja. Ist, äh, Hammer, ja. Ich denke mal, wir werden... Ein bisschen Leder und schon ist eine halbe Stunde rum. Genau. Ähm. Ich würde sagen, wir bauen dann oft den Sattel fertig. Farmen noch ein bisschen Bären mit den neuen Dino. Oh, ich hab hier ein bisschen Kacke, die ich einsammele. Genau. Große und kleine. Äh, ich packe hier auch mal wieder was rein. Oh, einen Dünger haben wir sogar schon. Siehste? Äh, ja. Mensch. Das läuft ja wie ein Länderspiel. So was von effektiv geligten... Hä? Was? Was? Alles gut. Okay. Hier ist noch so ein Tegomastax oder was da rumläuft. Ja. Ah, und ein Moschop, der in die Wohnung läuft. What? Die sind gar nicht mal so langsam, ne, die Moschop? Nö, geht eigentlich, ne? So. So, ich packe mal das rohe Fleisch auch hier rein. Das kann dann hier fröhlich vor sich hingammeln. Äh, ja, gut. Dann würde ich einmal sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschö. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020